Herzlich Willkommen zum zweiten Part von Spielaffe Let's Play. Wir waren gestern bei, äh, ja heute bei Kickende Köpfe stehen geblieben und machen jetzt mit einem anderen Game weiter. Was suchen wir uns aus? Na, diesen süß Kopfball EM, Europameisterschaft. Auf die Köpfe, fertig, los. Äh, ist ja nicht so was. Da was anderes. Äh, was war? Ach, Sport ist dumm. Nehmen wir Aktion. Dieses Thema ist ein Bug. Ja, Piraten besiegen, das mit dem Baby, Pupsi nenn ich's immer, aber das, das Baby ist voll süß. Also, los, skip. Jetzt wird's geil. Los. Ja, ich weiß schon, skip. Ja. Wow, dummer. Mist. Äh, zum Glück. Ja, tot. Der Retter. Scheiße. ап